Hallo, hallo, schön, dass du da bist, hallo. Hallo, dann Kinder, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in Frau Melanies Nachbarschaft. Wir machen unser Guten Tag Lied. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder, große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder, schnelle Kinder, langsame Kinder, lauter Kinder, leiser Kinder. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder, guten Tag Kinder. Wir machen unser ABC Lied. In Deutsch A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Jo, Hey. Das ist das Ganze ABC. Gut gemacht, ABC. Und wir zählen. Wir zählen bis Acht heute. Wir haben eins hier, braun. Und wir haben zwei, eins, zwei, grün. Und wir haben drei, eins, zwei, drei, orange. Und vier, eins, zwei, drei, vier, weiß. Und fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Blau. Und sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs, schwarz. Sieben, gelb. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben. Und acht. Rot. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben, acht. Gut gemacht. Wir zählen. Gut gemacht. Und heute, wir haben Fahrzeuge. Vehicles. Wir haben ein schönes Lied über die Straße. Das heißt Zebrastreifen. Zebrastreifen. Now, what do Zebras have on the side of their bodies? Zebras are not horses, so they have stripes. Zebrastreifen. 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 Das ist eine Fußgängerzone. Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen. 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 Mancher wird die nicht begreifen. Zebrastreifen. 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 Doch ich weiß Bescheid. Zebrastreifen. 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 Alle, die die nicht begreifen. Zebrastreifen. 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 Die tun mir nur leid. Zebrastreifen. Doch dann seh ich nur rechten Zeit, den Zebrastreifen gar nicht weit. Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nicht begreifen. Zebrastreifen, Zebrastreifen, doch ich weiß Bescheid. Die Zebrastreifen, Zebrastreifen, alle die dich nicht begreifen. Zebrastreifen, Zebrastreifen, die tun mir nur leid. Gut gemacht, Zebrastreifen. Und hier, wir haben die Ampel. Das ist die Ampel. Und rot heißt stehen. Grün heißt gehen. Gelb heißt warten. Erst bei Grün darf ich starten. Welcher ist dein Lieblingsfahrzeug? Ist dein Lieblingsfahrzeug der Betonmischer? Ist dein Lieblingsfahrzeug der Krankenwagen vielleicht? Oder ist dein Lieblingsfahrzeug die Feuerwehr? Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ist das dein Lieblingsfahrzeug? Mein Lieblingsfahrzeug ist das mit Rennautos. Guck, Autotransportieren. Oder ich mag auch etwas mit Tiertransporter oder etwas mit Holz. Holztransporter, die sind mein Lieblingstransporter. Okay, und wo ist, wo ist das weiße Auto? Hier, wo ist das gelbe Auto? Das lila Auto oder violett. Das rote Auto, wo ist, wo ist das orange Auto? Und das grüne Auto? Weiße Auto nochmal. Wo ist das blaue Auto? Wo ist, welches ist das? Das rote Auto. Und das, welche Farbe ist das? Grün, das grüne Auto. Und blau. Das blaue Auto. Blaue Auto. Und das lila Auto. Gelbe Auto. Und nochmal. Blau. Blaue Auto. Und das letzte. Weiße Auto. Und jetzt, wir haben ein Buch. Wer fährt mit zur Baustelle? Ui, ist das ein großer Bagger. Der fährt bestimmt zur Baustelle. Dort muss ein tiefes Loch graben. Krach! Die Baggerschaufel schüttet Erde und Steine auf den Lastwagen. Weiter, weiter. Noch ein kleines Stück. Gleich steht der Bagger auf dem Tieflader. Jetzt darf er sich ausruhen, bis er bei der nächsten Baustelle ist. Vorsicht! Da kommt ein schwer beladener Lastwagen. Stopp! Die Ampel ist rot. Alle müssen warten. Kein Übergehen über die Zebrastreifen. Hier wird eine neue Straße gebaut. Dazu braucht man viele große Fahrzeuge und eine Menge Sand. Sch-Sch-Sch-Sch-Sch-Sch. Der Laster gibt den Sand aus. Der Betonmischer ist vollgeladen. Er wartet auf seinen Fahrer. Da kommt er ja schon. Wo die beiden wohl hinfahren? Brumm, der große Betonmischer fährt am Kindergarten vorbei, sein Motor brummt ganz laut, brumm, der Fahrer muss gut aufpassen, weil viele Kinder sind da. Ob er dabei aussieht? Wer ihm dazu winkt? Jemand winkt zu ihm. Hallo, hallo, winken. Können wir alle winken? Hallo, Betonmischer, winken. Auiha, es brennt, jetzt muss alles ganz schnell gehen, rückzug, werden die langen Schläuche ausgerollt. Wassermarsch! Die Feuerwehrleute spritzen in die großen Flammen. Zum Glück ist der Brand bald gelöscht. Heute kommt die Müller vor. Die Müllmänner fahren mit dem großen Müllauto von Haus zu Haus. Jonas bringt mit seinem kleinen Müllwagen die leeren Flaschen weg. Sie kommen alle in den Altglasbehälter. Das ist für Recycling in Deutschland. Sie haben braune Glas, grüne Glas, weiße Glas. Alle gehen in den Altglasbehälter. Kram, der Müllmann kippt die schwere Tonne ins Müllauto. Aber Nanu, was liegt denn da auf dem Gehweg? Ein kleines Häschen vom Baby. Klaus und Karen sind Rettungsanitäter. In ihrem Rettungswagen haben sie viele Sachen dabei. Sie brauchen die, wenn jemand bei einem Unfall verletzt wurde. Klaus und Karen werden zu einem Unfall gerufen. Karen fragt, wo die Unfallstelle ist. Klaus schaltet das Blaulicht ein. Tatü, 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 tatü. Und schon brausen sie davor. Gut gemacht, unser Buch. Und manchmal, unsere Fahrzeuge sind sehr schmutzig. Und wir brauchen Waschanlage. So, wir haben ein großes Auto und ein kleines Auto. Groß und klein. Und bevor die gehen rein. Sie sind schmutzig. Sie stecken. Sie sind super schmutzig. Und dann sie gehen rein zum Waschen. Und dann, das ist draußen und sie gehen drinnen. Draußen, alt sein, drinnen. Und auch hell draußen. Alles ist hell. Wir können alles sehen. Und hier rein. Es ist sehr dunkel. Wir können nichts sehen. Drinnen ist dunkel. Und dann, wir gehen langsam. Langsam, langsam rein in diese Waschanlage. Und vielleicht, wir gehen schnell. Super, 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 schnell. Super, 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 super. Und wir sind sauber. Und welcher Teil geht mit welchem Auto, Fahrzeug? So, wir haben ein paar Teile und ein paar Fahrzeuge. Wir haben der Hubschrauber. Wo ist der Hubschrauber? Hier, der Hubschrauber und die Feuerwehr. Ta-dü-ta-ta, ta-dü-ta-ta, die Feuerwehr ist da. Wo ist es? Ich glaube, hier. Das ist hier. Und wir haben den Krankenwagen. Klaus und Karin, sie sind gefahren. Mit dem Krankenwagen. Guck hier. Wir haben den Krankenwagen. Und der Schulbus für die Kinder. Geht das hier? Oh, hier. Der Schulbus. Und wir haben das Fahrrad. Hast du auch ein Fahrrad? Fahrst du mit deinem Fahrrad? Oh Gott, das ist das Fahrrad. Und das letzte. Das Taxi. 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 Das Taxi. Das Taxi. Der Schulbus. Die Feuerwehr. Das Fahrrad. Der Hubschrauber. Und der Krankenwagen. Gut gemacht. So jetzt, wir haben unser Kunstprojekt. Wir haben schöne Autos mit Malstifte an. Oh, wir werden sehen, wie das geht. Du hast gemarkt, eingeklebt und markt aus. Und wir fahren mit unserem Auto am Papier. Und wir machen blau. Das ist blau. Das ist ein schwieriger Papier. Schnell. Langsam. Schnell. Langsam. Blau. Okay. Und wir machen zu. Tschüss, blau. Mach's her. Und wir haben einen Krankenwagen. Mit lila. Komm. Ta-di-ta-ta. Ta-di-ta-ta. Oh, guck, wir machen lila. Wir gehen rückwärts. Und wir gehen vorwärts. Rückwärts. Vorwärts. Wir gehen vorwärts. Rückwärts. Vorwärts. Rückwärts. Tschüss, lila. Rückwärts. Und wir haben ein grünes Rennauto. Das geht schnell. Oh, super schnell, super schnell, super schnell. Uh, grünes Rennauto. Er ist schnell. Er ist nicht langsam. Er ist schnell und laut. Uh, grünes Rennauto. Tschüss, grünes Rennauto. Und dann, wir haben unsere Matching-Spiele. Okay, so, wir haben sechs Autos hier. Welche gehört mit welchem? Wir haben ein brauner Auto. Hier, wir haben ein blauer Rennauto, Sportauto, hier. Und ein grüner Lastwagen, grün. Und das ist hier. Und was haben wir? Ein roter Jeep, ja, und ein schwarzer Auto. Und das letzte ist ein weißer. Gut gemacht! Und wir haben noch ein schönes Buch über Lastwagen. Lastwagen transportieren viele Dinge, viele Dinge. Das ist ein Sattelzug. Er transportiert Dinge wie Lebensmittel, Spielzeuge und Schuhe. Groceries, Toys, Schuhe, Sattelzug. Und dann, das ist ein Tankwagen. Es transportiert Flüssigkeiten, wie Benzin und Milch oder Wasser. Wasser, flüssig. Das ist alles flüssig. Dies ist ein Kastenwagen. Und er transportiert Dinge wie Möbeln, riesengroße Dinge und Kühlschränke. Groß, riesengroß. Dies ist ein Posttransporter. Er transportiert Briefe und Pakete. Prost. Und was würde dein Lastwagen transportieren? Hast du ein Lastwagen, wie meine? Er transportiert Sportautos. Das ist meine. Oder wie vorher. Mein, meine transportiert Tiere. Tiere, ein Tiertransporter. So schöne Tiere. Vielleicht zum Zoo. Oder Holztransporter. Ja, welches Auto oder Lastwagen hast du? Bring das in unsere Klasse. So, jetzt wir singen alle Kinder. Das ist wie Guten Tag. Das heißt, alle Kinder. Alle Kinder, alle Kinder gehen jetzt nach Hause. Große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder. Schnelle Kinder, schnelle Kinder, langsame Kinder, lauter Kinder, leiser Kinder. Alle Kinder, alle Kinder gehen jetzt nach Hause. Tschüss, dann Kinder, bis unsere Klasse habt eine schöne Woche.